Wir haben gestern auf dem Stadion alle gut verkraftet und jetzt wollen wir mal sehen, wie unsere Jungs das verkraftet haben. Ja, sie haben gestern auf der Bühne nach dem Spiel vielleicht gesehen, da war schon ganz gut Stimmung. Und jetzt wollen wir mal die auf die Bühne holen, die den Traum und vor allem die Mission tatsächlich erfüllt haben, den Wiederaufstieg. Also, hier kommt der Meister. Hier kommt der Aufsteiger. Und wir machen das hier im Stadion, also geht's los mit, macht euch bereit für den Aufsteiger! Macht euch bereit für den Meister der zweiten Lieder! Macht euch bereit für die Bühne! Macht euch bereit für die Aufsteiger! Hier kommt der Rüderrecht! Hier kommt der Rüderrecht! Werden, aufsteiger! Und wir machen das mal. Wir machen hier die Rüder Project quer! Wie hört sich die differential auf die Ewigkeit! Wir wünschen uns die Nummer 3, Brüderhof! Wir wünschen uns die Nummer 3, Brüderhof! Number 3! Brüderhof! Wir wünschen uns die Nummer 4, Brüderhof! Wir wünschen uns die Nummer 3, Brüderhof! Karte Nummer 4, Brüderhof! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Under Nummer 3! Nummer 3! Nummer 3! Nummer 3! Die Nürnberg, der 1.50er, der 1.00er. Die Nürnberg, der 1.00er, der 1.00er, der 1.00er. Die Nürnberg, der 1.00er, der 1.00er, der 1.00er, der 1.00er. Der Mann war nie da! Nur, dass wir eine 15-Jährige in Tunde waren! Liesa! Ihr könnt auch die ganze Bern! Hier geht's mal! Davon hat uns dann auch die Wanderung in der Zeit! Wenn die so jährige Hälfte ist! Tür! Nicht wahr! Applaus 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 Die 19.20 alles Neue und die 28.20 wird hier von Ferien! Die 19.20 wird hier von Ferien! Ja, unsere Nummer 30, Tickle, 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 Tickle! Ja, unsere Nummer 30, Tickle, Tickle, Tickle! Ja, unsere Nummer 30, Tickle, 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 Tickle! Und hier ist der Kreativ-Ratow, Söndern-Kurzina, Raja Mikhail. Und hier ist der Kreativ-Ratow, der Rundfunk-Ratow. Vielen Dank.